Liebe Frauen, kennst du das auch, dieses grässliche Jucken, Brennen und Stechen im Schoß bis zur Unerträglichkeit? Bilden sich deine Venuslippen vielleicht schon zurück und dir ist die Lust auf Sex vergangen, weil es einfach nur noch wehtut? Mein Name ist Yonda und ich bin Coach und ich empower Frauen mit Lichtensklerosis. Und ich helfe dir, ich bringe dich wieder in Richtung Heilung und zeige dir, wie du dir deine Gesundheit in deine Hände nehmen kannst. Ich selbst habe vor vier Jahren Lichtensklerosis geheilt und in diesem Video erzähle ich dir darüber, wie ich das gemacht habe. Mögliche Indikatoren für diese autoimmune Krankheit sind folgende Gedanken, Glaubenssätze oder Realitäten. Fühl mal darüber nach, ob dir eines davon oder mehreres vielleicht bekannt vorkommt. Zum Beispiel, meine Sexualität oder die Sexualität, die ich lebe, entspricht nicht meinem Herzen, nicht meinen Werten. Oder ich lebe kaum Sexualität, weil es nicht meinem Herzen entspricht. Oder ich keine Zeit habe oder nicht das Richtige gegenüber. Es kann auch sein, du bist süchtig nach Sex, du brauchst Sex, um dich zu fühlen. Widerstand gegen Männer oder das männliche Geschlecht ist auch ein Indikator. Oder du möchtest Sex haben, aber der Körper macht einfach nur zu. Dass du deine Emotionen nicht lebst, dir deine Wut keinen Ausdruck verleihst. Oder aber Aggressionen, die du spürst, die gegen dich selbst richtest, in Form von Gedanken. Oder aber auch nach außen, gegenüber anderen Menschen oder Gott und der Welt. Ablehnung deines eigenen Körpers, deines Schoßes sind weitere Indikatoren als auch das Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht richtig oder ich bin noch nicht perfekt genug. Vor vier Jahren habe ich meinen größten Stresspunkt gesucht und gefunden. Mit Hilfe von Energietools und Neuausrichtungen habe ich gelernt, mich im Alltag maximal zu entstressen. Stress ist Gift. Ich habe mich innerlich neu aufgestellt als Frau und Erkenntnis zur Handlung gebracht in Bezug auf den Mann. Ich habe täglich mit meinem Körper gesprochen. Ich war im Dialog und bin seinen Anweisungen gefolgt. Ich habe mir mentale Unterstützung geholt bei einer tiefer Zusammenarbeit mit der geistigen Welt. Seit vier Jahren bin ich symptomfrei und ich weiß, wie ich mir helfen kann, wenn im Alltag der Stressor gedrückt wird und es herausfordernd wird. So braucht das Symptom nämlich nicht mehr ausbrechen. Und seit vier Jahren begleite ich Frauen mit Lechensklerosis in ihrer Heilung. Und wenn auch du deine Gesundheit in deine Hände nehmen möchtest, ich reiche dir meine Hand. Unter diesem Video findest du meinen Kontakt. Ich lade dich ein auf ein kostenloses Infogespräch. Dort können wir schauen, wie dein individueller Weg in Richtung Heilung aussehen kann. Melde dich bei mir. Mut tut gut. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich.